PEGGY 18 Der Kreuzzug ist die einzige Hoffnung, meinen Vater zu finden. Ich war noch ein Junge, als er loszog, um unter der Standarte von König Löwenherz zu kämpfen. Jetzt verstehe ich, wieso euer Vater so viel Vertrauen in euch hatte. Was? Ihr kennt meinen Vater? Nun redet schon! Der Knie táxi, auf der Falle wir mal. Daher, noch ein Junge. Ich bin ein Junge für die Kristen. Mein Vater hat dich blöder zu sehen. Du bist ein Junge.